Und mit dem ziehst du hier, ja? So, jetzt halten wir das mal und du machst mal einen Ton. Hier ohne ziehen. Tief. Tief. Der ist schön. Und jetzt strengt sich unheimlich an. Kannst du schwimmen? Ja, vielleicht. Ja, gut. Also, rein ins Becken und dann mal fünf Meter tauchen. Nein, du strengst dich viel zu sehr an. Guck mal. Ich mach dir das mal vor. Ich mach dir das mal vor. Und du bist so gut und setz dich auf deine vier Buchstaben. Tief. 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier. In der Zunge. Der nächste Ton. 1-3. Ja. Und der nächste. 1-2. Und der nächste. 1-3. Und dann 0-3. Hier, mach mal. Ja, wie beim Kirchenspucken. Und jetzt den Tiefen wieder. 1-3. 1-2. 1-2. Und 11. Ja. Willst du die letzten 3 auch noch machen? 1-2. Also, jetzt kommt der Mitte. Ja. Weißt du, was du gemacht hast? Ja. Machen wir so. Das ist sehr schön. Jetzt setz dich mal etwas gerade hin. So. Und hältst die Trompete ein bisschen höher. So. Ja. 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 In ein paar Jahren ist das keine Kunst, die Zunge zu bewegen. Aber jetzt machst du mal. Ha. Auf. 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 Pass auf. Ist gar nicht so falsch. Ja. Du machst die Zunge raus. Aber da muss Luft kommen, damit der Ton schwingt. Ja. Und die Blätter lernen. Nee. Ja. Ja. Toll. Ja, ja. Jetzt tief. 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 Gut. Jetzt machen wir ... Zwei Handschosen, ein aushalten. Auf. 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 Sieben Meter durchs Becken, drei Meter. Ja. Jetzt machst du den zweiten Ton auf 1-3. Und jetzt 1, 2, ich habe das Gefühl, du machst so, wie man eine Kerze ausbläht, ja, so machst du, nicht der Zunge, die, ja, wunderbar, und jetzt 1, die, und 0, besser, und jetzt 1, 2, ba, und jetzt die, und jetzt 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, und jetzt 0, bam, hast du gemerkt, die ganze Tonleiter, jetzt machen wir es nochmal von oben, wenn ihr Lust habt, die anderen könnten hier was lernen, 1, 3. Tiefer. 1, 2. 1. Und 0. Und jetzt geht man wieder runter. 1, 1, 2. 1, 3. Und 0. Super. Gucken wir mal an den Himmel. Die. Und jetzt den hohen Die. Der zweite war gut. Und jetzt ein bisschen dran. Die. Die. Und jetzt pass auf. Wenn du den Ton hast, halte. Die. Und die Lippen so lassen, wie sie sind. Die. Die. Gut. Jetzt machen wir den Tiefen. Die. Und jetzt greifen wir 1, 3. Die. Und jetzt 1, 2. Die. Und jetzt 1. Die. Und jetzt 0. Die. Wenn er falsch ist, ist er falsch. Ja? Absetzen. Der nächste. Die. Die. Nee, du kommst dran. Kommt weiter. Also, als Jügelmann muss immer ein bisschen was mehr können. Die. Der ist er. Der ist er. Wo? Nee, der ist gut. Die. Der ist er. Wo? Wo? Der ist er. Nee, 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 nee. Immer das Mundstück an. Und gibst deine Lampe an. Dann holst du. Wir fangen jetzt gemeinsam an. Passt das? Auf geht's. Den mittleren Sohn. Die. Hopp, hopp, hopp. Und den. Andersrum. Und dann. Arsch. Arsch. Und stoßen. Die. Ha. Sehr gut. Wenn wir den kriegen, ist das wunderbar. Die. Ha. Jetzt versuchen wir alle diesen Tonspielen. So, eine Obdabe. Eva. Und alle anderen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Trompeten. Eins. Barretop. Ja. Die. Ich singe es euch so. Die. Nur den wollen wir haben. Yeah. Die. 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 Und aushalten. Die. 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 Vielen Dank.